Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Video von Minecraft. Ja Leute, also die meisten haben sich schon von euch gefragt, was ist denn jetzt aus Minecraft geworden? Leute, ich plane immer noch, denn ich habe ja gewartet, wie gesagt, bis mein neuer PC fertig ist und er ist jetzt fertig. Er ist auch da, aber er läuft noch nicht hundertprozentig richtig. Deswegen habe ich erstmal dieses Video jetzt aufgenommen, um euch zu sagen, was jetzt Sache ist. Also, ihr habt ja im letzten Video schon einige Mods hingeschrieben, also unten in den Kommentaren. Alter, da waren ja übelst viele. Deswegen, ich habe noch keinen Plan, was Mods und so weiter betrifft, welche miteinander funktionieren und und und. Deswegen dachte ich mir, ja, nehme ich dieses Video jetzt auf und wir können darüber reden. Aber eine Frage habe ich. Das hier ist ein Schiff. Damit kann man doch nicht schwimmen. Wartet. Ist hier gerade was angeflogen? Ich weiß es nicht. Kann man das jetzt ausgraben und damit dann schwimmen? Ich glaube, das geht nicht, oder? Nee, warte mal. Wir versuchen es mal ganz kurz. Höh! Ach, hallo! Ein Delfin! Oh mein Gott! Hallo, mein kleiner Süßer! Ja, was ist denn los? Ja, was hast du denn für Probleme? Auf was duck ich mich? Ich habe die... Achso, auf C! Nee, warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist ducken? What the fuck? Äh, ja. Ich glaube, das ist ein Fehler im Shader oder, keine Ahnung, im Texte-Tool-Pack. I don't know. Ey, die machen echt wunderschöne Geräusche. Süß. Oh, warte mal. Achso, da ist der Zweite. Alles klar. Komm, ich hole dich wieder da raus. Komm, ich will dich nicht schlagen. Wartet mal. Ich brauche ja Fleisch. Ich sterbe ja. I'm sorry, okay? Es tut mir leid. Äh, greifen die mich jetzt an? Wir müssen uns facken wenig. Gib mir das gleich. Oha, bin ich schnell unter Wasser. Ist das normal? Ach, hallo, Schildkröte. So. Mal sehen. Links klick, rechts klick. Ah, ich muss mich so erstmal mit Minecraft anfreunden. Das glaubt ihr nicht. Kommt alle zurück wieder ins Wasser. Ihr kennt es ja. So, rein da. Ansonsten stirbt ihr doch. Nein, Spaß. Oh. Spring nochmal. Okay, hatte jetzt nicht gemacht. Also, das kann man natürlich nicht ausbuddeln. Das war mir aber schon Anfang an klar. Ähm, ja. Was ich natürlich so vorhabe mit dem neuen Projekt. Es werden Mods halt reinkommen, wo es mehrere Biome gibt. Da habt ihr ja einige schon mal mir geschickt. Auch über meinen Discord, Instagram, überall. Und dann natürlich auch mit hier neuen Mods. Es kommen einige Monster hier rein. Ich will es ja auch ein bisschen, ich würde mal sagen, vielseitiger haben. Und da ich ja Minecraft eh noch nicht kenne. Und noch gar nicht weiß, wie es funktioniert. So, dass ich jetzt aus rohem Fleisch essen kriege. Weiß ich. Kann ich aber daran sterben? Weil es ist ja roh. Ich sag mal so. Sobald man sehr viel rohes Fleisch gegessen hat. Müsste man ja eigentlich sterben. Ich hab halt keinen Plan. Hallo? Hier spawnt jetzt nichts, oder? Ja, Schaf, bist du hier unten? Ne, er wird hier unten bestimmt nicht sein, oder? Aua. Okay, warte, da haben wir etwas. So, ich will nicht zu weit weg gehen. Ach, hier ist Wasser. Ey, Minecraft sieht so hübsch aus. Okay. Ach, hier. Das kann ich nicht mit der Hand abbauen. Okay. Okay. Wir gehen wieder raus, bevor hier irgendwas kommt, was uns töten möchte. Hallo? Ja, was ist denn los? Warte mal da. Hör. Hallo. Ein Baby. Oh Gott. Hör. No, der will mich töten. Was? Nein. Nein, 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 du kleines Mistvieh. Äh, äh. Du kommst hier nicht drauf. Nein, 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 nein. Kann ich den töten? Okay, wir müssen jetzt... Äh, schaffe ich das? Ja. Okay. Ah, er kommt raus. Nein, 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 nein. Kleiner, hör auf. Hör auf. Bitte, 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 bitte. Wir müssen hier runterschlagen. Nein, Kleiner. Komm, ist verboten. Er brennt. Ah, warte mal, die brennt ja wegen Licht. Er will... Ich werde verrecken. Ich werde so dermaßen verrecken. Ich habe noch drei Herzen. Komm, bitte, lass mich, Kleiner. Ja. Ich habe ihn getötet. Alles klar, wir müssen jetzt hier raus. Wir brauchen unbedingt Fleisch. Ähm. Warte, wir müssen runter. Okay, das hätten wir schon mal geklärt. Wir müssen kurz... Ne, ich will raus hier. Äh, äh. Ja. Okay, ich bin rausgekommen. Oh, scheiße. Und es wird dunkel. Und ich sehe gar nichts mehr. Ei, 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 ei. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ähm. Leute, wie soll ich das überleben? Ich schaffe das nicht. Ähm. Das werde ich niemals schaffen. Es ist zu dunkel. Wir müssen... No. Raus. No. Äh, die habe ich erkannt. Das sind Zombies. Ach, no. Come on. Ich will noch nicht sterben. Äh. Noch mehr Zombies. Was ist das Rote? Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, warte mal. Das sind... Äh, äh, das... Äh. Das ist too much. Oh, Creeper. Nein. No. No. Oh Gott. Sorry, dass es jetzt gerade so dunkel ist. Aber ich muss hier weg. Ist das normal, dass hier so viele Feinde sind? Ja, wie soll ich das denn überleben? Ach, und was ich noch sagen wollte. Ähm. Ich sage mal, das Projekt geht circa in zwei bis drei Wochen los. Ich denke mir, wir müssen mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben. Ich muss gucken, wie ich mir so ein komplettes Modpack machen kann. Und, und, und. Und, und, wie gesagt, halt, den Server und so weiter habe ich mir auch noch nicht komplett angeschaut. Denn, in Ark ist es ja einfach. In Minecraft ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber ich denke mal, das werde ich auch schon hinbekommen. So, wir brauchen jetzt kurz eine kleine Hütte. Und ich weiß, wie wir eine Hütte bekommen. Okay, okay. Schafft man schon, schaffen wir schon. Sind nur Zombies. Job, wiederbeleben. Hi. Hi, Bro. Oh. Wow. Oh, shit. Explodier, komm. Werde dicker, Bro. Mann, sieht das nice aus. Okay. Ich habe keinen Plan, was ich tue. Aber ich glaube, wir lassen uns erstmal dort nieder. Irgendwo da vorne. Sollen wir sehen. Das, was ich ja von Minecraft kenne, ist Holz kurz abbauen. Ich glaube, so fängt man ja eigentlich an. Wir brauchen vier Stück. Das weiß ich natürlich. Und dann müssen wir uns ganz kurz mal eine Werkbank bauen. Damit wir vielleicht ein... Ein Stück, ähm, ein Schwert oder so haben. Hier will ich mal ganz kurz was ausprobieren. Also, wie gesagt, ich habe ja Minecraft noch nie wirklich getestet. Ich bin ein kompletter Noob. Und ich denke mal, wenn ich das Projekt anfange, bitte nicht lachen. Ich bin wirklich schlecht. Also, wir haben ja jetzt hier unsere Werkbank. Okay. Das habe ich schon mal rausgefunden. So kann man eine Truhe... Ah, hier, guck mal an. Wie geht das? Ach, so geht das. Hä, warte mal. Ich brauche einfach nur da draufklicken. Und ich habe es dann schon. Wie geil ist das denn? Ey, dann kriege ich es sogar hin. Und, weiter geht's. Oha. Seit wann gibt es Sterne in Minecraft? Beautiful. Es wird nicht schon wieder dunkel, oder? Ach, wie hübsch ist das denn? Oh, nice. Warte mal. Ach, wie cool. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube, hier kommen wir nirgendswohin, wa? Mist. Wo gehen wir hin? Ich weiß nicht... Ah! Oh Gott, nicht, dass gleich ein Zombie kommt. Okay. Man kommt hier echt nicht mehr weiter. So. Ähm. Aussteigen? Ähm. Aussteigen, bitte? Ach. So steigt man aus. Okay, komm, schnell raus. No, 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 no. Lass mich in Ruhe. Ei, 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 ei. Ich bin so ein Noob, was Minecraft betrifft. Heilige Maria. Ich habe die Hunde gefunden. Mal gucken, ob sie wirklich so aggressiv sind, wie ihr gesagt habt. Na, komm. Oh ja, die sind böse. Ich sehe nichts mehr. Geh raus. Raus, hier, raus, 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 raus. Okay, ich bin tot. Endlich. Es wäre der Tag. Tja, Zombie, du wirst gleich sterben, Mann. Du wirst gleich sterben. Die Sonne kommt raus. Schnell hin da. Ich will wissen, was das ist. Ich glaube, das ist ein versunkenes Schiff. Und runter. Ja, es ist wirklich ein versunkenes Schiff. Was ist das denn? Oh, man kann ja sterben. Ja, okay. Ja, okay. Hä? Es gibt Zombies unter Wasser? Hä? Ei, Zombies, lass mich bitte in Ruhe. Ha, gleich kommt die Sonne raus. Ihr werdet alle verrecken. Ha, da verbrennen sie schon. Ach, guck mal, da ist eine schöne Perücke auf. Ach, geil. Ja, ja. Verrecke, verrecke. Komm, weg mit dir. Ich kann dich ja ruhig ins Wasser reinschutzen. Dann brennst du nicht mehr. Das funktioniert wirklich. Oh, warte mal. Wer ist das denn? Ist das der End... Enderman? Da ist er. Hi. Oh, oh. Oh Gott, es ist hinter mir. Hallo. Ja, ja. Da ist er. Oh, shit. Das sieht aus wie ein Alien. Hi, Enderman. Alles gut bei dir? Ist sein Maul auf? Ich glaube, das ist ein bisschen aggressiv, wa? Ich glaube, der will mich töten. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, Leute, schreibt mal auf jeden Fall unten in die Kommentare. Was sind so die Basics, die ich draufhaben muss, um in Minecraft... Oh Gott. Um in Minecraft zu überleben? Äh, hä. Was? Was das geht? Ja, Kollege. Darf ich dich leben? Wir müssen abhauen. Und, kommt er? Ja. Okay, ich sehe kein Schatten mehr. Warte, ist das denn da hinten? Noch ein Schiff. Ich will noch mal runter zum anderen Schiff. Oh mein Gott, warum verjage ich mich vorm Enderman? Alter, ich kriege übelste Gänsehaut. Mama Mia, gibt es hier viel zu entdecken. Hui, ui, 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 ui. Das ist einiges. Oh Mann, ich denke mal, da werden auch die ein oder anderen Livestreams kommen. Hui, ui, 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 ui. Beautiful. Fische überall. Überall ist Leben. Wartet. Ihr lebt immer noch? Ja, 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 ja. Du bist ein Meeres-Zombie? Wie, das Sonnenlicht kann dir nichts anhaben? Alles klar. Okay, die scheinen stärker zu sein als normale Zombies. Also im Wasser. Hier scheint er nicht mehr zu sein, oder? Ach, wie geil ist das denn? Warte, ich will da schnell rein. Nein, 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 nein. Nicht töten. Ich will da kurz rein. Komm schon, runter, 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 runter. Ui, ui. Ja, ich bin drin, ich bin drin. Okay, die kommen nicht rein. Oh, nice. Ei. Wie geil ist das denn? Wir haben Rüstung. Ich weiß zwar nicht, was für eine Rüstung... Ich werde sterben. Ähm, ja. Das eben gerade habt ihr auf jeden Fall nicht gesehen. Und wie gesagt, in zwei oder drei Wochen geht das Projekt los. Ich bin schon gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Ich denke mal, es wird echt lustig. Das wird richtig lustig. Und gerade ich als Minecraft-Noob, ihr... Ich denke mal, ich werde das meiste von euch lernen. Denn ohne euch werde ich komplett nicht weiterkommen. Und was für Mods draufkommen, werdet ihr dann noch sehen. Zwei Mods oder drei Mods stehen schon komplett fest. Die werden hundertprozentig mit draufkommen. Aber welche natürlich draufkommen, das werdet ihr dann natürlich... Natürlich sehen. Na, Leute. Auf jeden Fall war es jetzt erstmal vom kurzen Infovideo. Und vom Fehlschlag, kann man sagen. Vom Anfang. Naja. Ich denke mal, beim Projekt wird es einen kleinen Tinken besser laufen. Ich denke mal, aber nicht. Falls euch natürlich das Video gefallen hat. Und wie gesagt, falls ihr Basic-Tipps für mich habt. Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Was man so anfangs drauf haben muss. Und worauf man aufpassen muss. Na, Leute. Falls euch das Video natürlich gefallen hat. Dann lasst mal auf jeden Fall einen Kommi und einen Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Ach ja. Ich und Minecraft. Haha. Ich werde nur sterben. 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 Ich werde nur sterben.